Sollte ich mal den Browser schließen? Ich habe jetzt den Browser geschlossen, ich weiß es sehr radikal. Ach du Scheiße. Ja, was soll ich denn machen? Es kam gar nichts mehr aus. Ich, ich meine mich. Neuer Tab. Firefox als Standard ist doch kackegal. Was können die denn für Fragen stellen? Ich gehe mal auf YouTube. Ja, mach das mal. Mach das mal ganz in Ruhe. Es wird was übermittelt, das ist hier witzig. Also ich sehe auf meinem Tablet, sicherheitshalber, ich Tablette mit, damit ich wenigstens mal einen Zuschauer habe. Der Gorilla ist live, der Zocken Troll ist live, das sehe ich auch, das ist gut. Und jetzt gehe ich mal auf Studio Beta. Kann sich nur um Stunden handeln. Ja, ja, ja. Mach das super. Ja, löp, wa? Was? Analyse, Daten, Kommentare, Videos. 52, okay, das passt alles. Weitere Funktionen, wie war denn das hier nochmal? Playlist, Livestream, genau. Das ist nämlich noch nicht implementiert. Das ist wieder so geil von YouTube. Wir entwickeln das so Schritt für Schritt weiter, weißt du? Ja, ganz, ganz sachte, weißt du? Ich weiß auch nicht, warum ich hier was eingeben muss, aber da ist der Livestream live. Ein Zuschauer, das dürfte ich sein. Eine Stunde 40. Mal gucken, kommen sie näher, kommen sie ran. Hier wird live gestreamt. Rocket Leech. Ach stimmt, wir müssen das vielleicht auch mal ändern. Gute Idee sogar. Aus Rocket Leech machen wir Age of Wraith of the Raias. Muss man das noch irgendwo speichern? Was? Nö, ne? Was denn? Ja, hier. Was ist übrigens mit diesen Infokarten? Wo sind die? Die Infokarten, weiß ich nicht, wo du die da findest. Wenn ich mir jetzt meinen Stream hier angucke, ne? Wo ja nichts passiert. Äh, wo sind da die Infokarten? Du stellst Fragen, Mama. Ich hab gedacht, du kümmerst dich mal drum. Wie kann ich? Ach, hier kann man den Chat so einpflegen. Ach, guck. Ach, guck. Ist gut? Oder ist gut? Ja, es ist halt auch ein Tablet, ist das immer total kacke, ne? Warte mal. Hast du ein neues Zeichen bei J-Job? Bei wo? Du, bei J-Job. Was soll ich? Das ist ein neues Zeichen. Puzzle-Küken. Was soll ich für ein neues Zeichen haben? Ach, das ist dein... Dein 5000. Channel ist das. Jetzt blick ich durch. Ja, genau. Weil die 52 Abonnenten, die ich aktuell habe, sind alle nur von... mir selbst. Aber du bist auch dieser Told, ja? Ich bin auch dieser Told. Wunderbar, wunderbar. Das wollte ich hören. Ja. Wie sieht das aus? Der geht aber früh ins Bett. Ja, der muss morgen arbeiten. Ist doch kein Grund, oder? Da kann er doch uns bis zum Ende zugucken. Bis zum bitteren Ende. Ne, das dauert ja noch. Das will ich mir antun. Das verstehe ich. Was ist denn jetzt hier? Wo ist das? Können wir jetzt hier anfangen, oder was? Ja, ha. Nein, du hast die... Du hast die... Mein Gott, was liegt denn hier alles auf dem Schreibtisch rum? Es ist immer so blöd, wenn man kein Vollzeit-YouTuber ist. Ein paar... So, da können wir noch das reinsetzen. Änderung speichern. Was war das jetzt? Hm, was? Wo? Ist irgendwas passiert? Warte mal, wo war das denn hier? Hier müsste man noch... Irgendwo konnte man doch noch... Wo habe ich das denn? Wo war es denn? Fehler bei Dateiempfang. Eine andere gleichlautende Datei. Die eiserne Wolfsschluss ist schon vorhanden. Beenden Sie das Spiel und löschen Sie die Datei. Ja, super. Na toll. Dann löscht die mal. Warte, warte, ich benenne die um. Warte. Ich benenne die um. Ich speichere die nochmal neu und dann benenne ich die um. Uga, Uga. Genau, mach doch mal richtig. Warte. Ja, komm. Warte mal. Wo macht man das denn jetzt? Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht überzeugt davon, wie YouTube das zurzeit macht hier. Also, diese YouTube-Chat-Seite ist scheiße. Die gefällt mir überhaupt nicht. Hm, speichern unter. Jetzt habe ich wieder zwei Zuschauer. Ja, klar. Dann habe ich eben ganz viele Analyse-Daten. Was ist denn? Zurück zum Hauptmenü. Stream is healthy. Die Übertragungsqualität ist gut. Szenario. Beste. So, einleiten. Ich kann nicht einladen. Ja, 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 ja. Ich bin zwar in anderen Dingen beschäftigt, aber mit dir geht das ja nicht. Ja, die Map muss ja runtergeladen werden. Von daher gehe ruhig mal da drauf. Okay. Also. Der Stream funktioniert aber. Wird interessanterweise auf meinem Tablet hier schneller angezeigt als auf der YouTube-Seite. Also, kann man das eigentlich alles auch hier Thumbnail ändern? Ach, ach was. So, nicht wundern, Leute. Ich muss immer mal ein bisschen die Größe anpassen. Das habe ich jetzt gemacht. Das ist genau dein Problem. Manchmal mache ich echt komische Sachen. Wisst ihr das? Also, das wissen die Zuschauer wahrscheinlich, äh, zu best. Das könnte gut sein. Wir sind gleich soweit. Ich habe schon drei Zuschauer. Hallo. Herzlich willkommen. Ist denn noch mal ein Test-Stream? So als Tipp. Also, wir testen heute das erste Mal Live-Streaming. Deswegen ist das alles noch total chaotisch und seltsam. Und, äh, bis gerade haben wir Rocket Leech gespielt. Jetzt gehen wir mal auf Age of Empires 2. Genau. Ich schlürfe euch einen vor. Super. Auch das ist wieder eine gute Idee gewesen. Aber es ist ja auch nicht tragisch. Von daher. Genau. Macht ja keinen Kopf. Das ist das Schöne bei diesem statischen Angegucke hier. Bin ich wieder ein perverser Perser? Ja, ne? Mit Elefanten komme ich ganz gut klar. Ja, du bist schon drin, ne? Ja, ja. Wunderbar. Natürlich. Dann kannst du ja auch losgehen. Ja, dann. Aber du musst noch vielleicht Computergegner eingeben, oder? Ja, ich wusste gar nicht, dass du schon wieder drin warst. Hier KI. Bitte. KI. Mein Freund. Du weißt doch, wenn es hier drum geht, hier ist schon wieder einer weg. Hallo? Ja, die kommen gleich wieder. So, ich mache die jetzt alle in einer Gruppe, ne? Das weißt du, ne? Das heißt, die werden uns vielleicht, äh... Hm? Was? Wo? Wer? Du weißt Bescheid. Ja, alles gut. Ja, das sagst du jetzt. Also, du weißt ganz genau, dass sie gleich richtig ausrasten, ne? Ach. So wie beim letzten Mal auch. Eine Minute gespielt, alle tot. Ja, aber da waren ja auch, äh... Die Besten waren Gegner und der eine hat sich selber umgebracht, ja. Denkst du bitte noch dran, meinem Team beizubringen? Was? Ich spiele auch mit Team 2. Ach so, ihr wollt alle vier sterben, wa? Sterben. Sterben, wa? Also, ich nehme mal die Sarrazenis. Wahrscheinlich der totale Mist, aber ist ja egal. Wenn du die spielst, ja. Das Spiel braucht nicht aufgezeichnet werden. Das schießt das immer zu. Was? Ach so, ja, das ist ja für dich wichtig. Warte mal, wir wollen ja unsere alten Geflogenheiten hier nicht niederlassen, ne? Welche? Ja, gweilig. So, das wollte ich mal da reinschreiben. Du bist jetzt einfach bereit, oder was? Wenn du das sagst und nichts mehr änderst, dann lass uns loslegen. Wie war denn das noch? A, A und A, Z oder? Nee, A, Q, ne? A, A war Feld und A, Q war Haus, ne? Ach du Scheiße, das war laut, oder? Echt? Bei mir nicht. Also A, A ist Feld, A, Q ist Haus. Sehr gut. Ne? Als ob du das schon mal gehört hast. So, jetzt können wir als erstes mal gucken, ob ich das richtig hinbekommen habe, damit man hier einen Hafen bauen kann. Ja, funktioniert. Ja, dann lass uns auch gleich einen Hafen bauen. Ja, natürlich. Äh, warte mal, der Hafen war hier, ne? Der Hafen ist da oben, ja. Ja, so. Äte baut einen Hafen. So. Die Mühle haben wir, das heißt, Uschi kann da hin. Denk dran, die sind alle zusammen jetzt gegen uns, ne? Die werden jetzt mal richtig zeigen, was drauf war. Da mach ich mir überhaupt keine Sorgen. Ja, ich aber. Warte mal, ich bin unten oder oben? Auf der Karte unten, okay. Wo bist du? Unten. Ach so, ja, rechts, sag rechts, Alter. Unten ist grün. Ich bin nicht rechts, wenn du noch mal sowas behauptest, mein Freund. Sagt er, ich wäre rechts. Also, das ist ja wohl... Unerhört. Also, das ist ja nicht zum Aushalten. Nee, mir nicht. Mir kannst du nicht aushalten. Das ist... Da ist Hopfen und Malz verloren. Sagt er, ich wäre rechts. Warte, hab ich nicht gesagt. Das ist mein Feld hier oben, naja. So, warum sammelt die denn ihre Nahrung so weit weg von der Mühle? Das ist doch schon wieder... Ja, weil die doof ist. Ja, genau. Hab ich auch gedacht. Was war denn das Erste, was man braucht? Nahrung, ne? Nahrung, Nahrung und Holz. Das sind eigentlich so die ersten Mittel, die man ganz, 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 ganz schnell machen sollte. Bist du schon in der Ritterzeit? Nee, das dauert noch eine Dreiviertel Sekunde. So, jetzt. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich glaube, ich habe keinen Bauer, der nix macht. War richtig formuliert, ne? Ja, keinen Bauer, der nix macht. Ja. So, tatsächlich, ja, mal ein bisschen... So, die bauen hier weiter die Hütten. Das ist auch wichtig. Dann können wir nämlich gleich ein paar Einheiten produzieren. Ja, richtig. Ich habe auch schon mal ein paar Fischerboote, die hier gleich auf Reise gehen. Stimmt, die musste man ja auch noch bauen, ne? Ja, das wäre jetzt ganz gut, ja. Würde ich mal an deiner Stelle machen. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Als kleine Empfehlung. Hi, hi, hi. Ich bin dabei. Hör mal, du hast das Spiel ja auch schon so ein, zwei Runden gespielt, ne? Mhm. Warum baut der Rote eigentlich schon wieder die Palisaden hier? Hast du ihm die vorgegeben? Die hat er schon von Anfang an, ja. Die hat er schon von Anfang an. Warum? Das macht Sinn, das ist wichtig. Wo greifen denn jetzt schon wieder hier die Wölfe an? Ich dreh am Rad. Hör doch mal mit deinen Wölfen auf. Ich bin das gar nicht. Junge, Junge. Also Leute, wir müssen das Spiel natürlich so spielen hier, die uns jetzt zugucken, dass wir halbwegs eine Chance haben. Das wird sonst in 20 Jahren nix. Wir brauchen irgendwie eine Chance. Und deswegen haben wir hier so eine, die Wolfsschlucht halt gemacht, ne? Da sind so zwei, drei Wölfe drin. Punkt. Da gibt's ja jetzt gar nichts zu wissen eigentlich. Nö, ne? Oder doch? Du, Gorilla. Warten. Hast du dich eigentlich jemals mit Command & Conker auseinandergesetzt? Also ich hab viele Bekannte, die sagen, geiles Spiel. Reicht dir das? Ich hab, ähm, gehört, ne? Klein. Achso, ja. Was? Ja, ja, ja. Ich hab gehört, dass da womöglich, alter, dass da, ähm, was rauskommt. Demnächst wieder. Weil das ist ja eingestellt und die alten Teile kannst du mit OBS irgendwie nicht aufnehmen. Ich hab's bis heute nicht geschafft, diese alten Teile mal. Ich würd unheimlich gerne daraus ein Let's Play machen. So Alarmstufe Rot 2. Einmal die Storys durch. Juris Rache und so. Mega geil. Alarmstufe Code 2. Ja, kann man gerne spielen. Und, ähm, ne, das geht ja eben nicht, weil, äh, das Problem ist, äh, weißt du, ne? Nö. Nicht, okay. Ich weiß nicht, was du mir sagen möchtest, aber das kannst du mir ja gerne sagen. Ja, das funktioniert technisch irgendwie nicht. Mhm. Ja. So was schade. Das sag ich dir. Das ist aber schade, du. Mhm. Aber soll er jetzt in Remastered rauskommen? Und da hab ich ja die schweigsame Hoffnung, dass das womöglich, aber nur womöglich, ne? Ja. Äh, gut wäre für uns, weil, äh, ich hab keine Nahrung mehr. Verdammt. Ja, das geht, das geht immer schnell, ne, die Kacke. Das stimmt, das stimmt. Ich kann gerade keinen Dorfbewohner erstellen, das ist immer doof. Aber sieht flüssig aus, also der, der Stream scheint flüssig zu sein. Ja, dann liegt das vielleicht nicht da im Spiel, dass das vielleicht doch ein bisschen zu wild ist. Oder wir müssen einfach mal eine vernünftige Internetverbindung hier, so eine 4 Gigabit Leitung oder sowas hier, so, wie eine Universität. Ja, die Glasfaser muss eigentlich in den Desktop rein. Also nicht in den PC, sondern wirklich direkt in den Desktop. Absolut, absolut. Dann geht das. Anders wird das nix. So, denk dran, Nahrung ist hier das A und Y, ja? Mhm. Keine Nahrung, kannst du das ganze Spiel wegschmeißen. Wir wissen das ja, ohne Nahrung keine Beine oder so ähnlich. Und wenn du hier einen faulen Bauern hast, also entweder direkt abschlachten und zur Nahrung machen oder arbeiten. Ach, das geht? Ja, was dazwischen gibt es hier nicht. Äh, wie war das? Ah, cool, ne? Wannhaus, genau. So, Boote. Fischerboote ohne Ende brauchen wir. Nahrung brauchen wir ohne Ende. Holz. Was ist das hier? Was ist das denn? Holz? Also fangen wir gar nicht an hier mit zu wenig Holz. Na, Nahrung dürfte ja eigentlich kein Riesenproblem mehr sein, oder? Ne, jetzt durch das, ähm... Ja, das ist halt ein Meer, ne? Das ist ein ganz normales Meer. Das sieht doch immer so aus, oder? Was hast du denn jetzt geändert? Ich habe... Ach, ich weiß auch nicht. Ich fand dieses dunkle Meer so schön. Ja. Du siehst ja, dass das zum Teil sehr dunkel ist. Ja, genau. Ich stehe auf dunkel. Ach, das ist Tiefsee, ne? Und das ist Tiefsee. Und anscheinend kannst du an der Tiefsee... Dass das die... Ganz ehrlich, dass die bei dem Spiel damals schon an Tiefsee gedacht haben, dass man da sowas nicht bauen kann. Ja, das ist bedauerlich, aber du weißt, wie das ist. Genau daran haben sie gedacht. Die denken an nichts, was uns helfen könnte, ne? Aber das wird uns mal ordentlich hier... Da denken sie dran. Ja, und dementsprechend konnte ich jetzt, äh... Auch mal ein seichtes oder irgendwie sowas, diese seichtes Gewässer, kannst du dir in meinem Livestream nachträglich angucken. Beziehungsweise haben wir ja auch eingestellt, dass man zurückspulen kann. Also Leute, die jetzt, ähm, gerne ein sehr ruckeliges Rocket Leach gucken wollen, gucken einfach nochmal rein. Es ist natürlich die Frage, wie ruckelig war es wirklich, ne? Also das ist halt, äh... Vielleicht war es bei uns ja auch nur ruckelig, weil wir selber auch am Streamen waren. Das wäre gut möglich, ja? Ja. Man steckt ja nicht drin im Livestream. Baust du denn auch schon eine Mauer? Bist du denn schon so weit? Oder ist dir das egal? Ja, ich hab... Weiß auch nicht. Hab ich eine Mauer gebaut? Jetzt ja. Jetzt ja. Super. Ich hab auch schon eine Armee, die ist so dermaßen unfähig. Deine Armee ist unfähig? Ich überlege gerade, wie ich den Gegner eingestellt hab, weil er irgendwie gar nicht so viel größer aussieht als wir. Ich hab den auf stark eingestellt, also auf mittel. Und mittel ist ja da übertrieben übermäßig stark. Das würde ich auch machen. Stell dir immer schön auf stark ein. Ja, eigentlich schon, oder? Absolut. Nur so geht das. Nur so geht das. Ich guck grad, was die Gegner hier machen, aber das sieht bis jetzt ja noch alles sehr harmonisch aus. Vielleicht denken die sich, ja, wir spielen ja eh alle zusammen. Ja, weil wir alle in derselben Gruppe sind, ne? Warte mal, ich guck mal, ob mir hier wieder tausend Leute in den Stream schreiben. Kennst du ja? Mhm. Nutz die Sekunde mal. Ja, alles voll. Ich kann, ey. Verfolge ich gar nicht mehr. Naja, so ist das eben, ne? Ja, als, ähm, wenn du berühmt bist, dann bist du halt berühmt, ja. Mhm. Was? So. Dann baue ich mal eine Schmiede. Ist doch eine gute Idee, oder? Ach, du kannst schon Schmieden bauen. Hä? Das ist A und O in dem Spiel. Was? Ja, das ist was. Ich baue was ab, ja. Ja, an, an, äh, Können baust du ab. Ja, das, äh, will ich nicht ganz aus der, aus der Welt schaffen, das stimmt. Oh, warte mal kurz, mein Ohr juckt. Ah, jetzt nicht mehr. Hast du es abgeschnitten? Jetzt juckt mein Ohr nicht mehr. Genau. Kein Ohr kann auch nicht jucken. So, ich glaube, ich brauche noch ein paar Bauern. Ich habe erst so 30, 34. Das ist zu wenig. 34 Bauern, ja, da kannst du nichts mit ansprechen. Nö. Deswegen ja dann, ne? Also da muss was her. So. Du, ich habe gerade zwei Bauern. Ach, der arbeitet da oben, okay. Ich will nichts gesagt haben. Ich hatte schon wieder das Gefühl, dass da wäre einer, wäre einer faul, weißt du? Ist aber nicht, ja? Nein. Kann ich so nicht bestätigen, ist nicht faul. Okay. Das ist gut. Das ist gut. So, ich baue ja auch schon, ähm, sehr erfolgreich die Dings zu. Die, die Lücke. Die ist natürlich wichtig, dass die zu ist. Ja, die Zahnlücke. Ja. Die muss auch immer geschlossen sein. Das ist auch, finde ich, ein Anno. Absolut. Mach das, mach das, mach das, wie du willst. So, da hat sie angeratet wie ein Stall. Das war auch ganz gut. Das ist aber nicht von mir. Das wollte ich, ja, nee, nee, nee. Das ist, nee, mein Stall. Mein Hosenstall. Wir haben beide auch noch so einen gleich bescheuerten Gedanken. Ja, ich sage dir, das ist... Das freut mich. Mit uns ist da kein Blumenpott zu machen. Nee. Nee, nicht wirklich. Geht die weiter? Die geht weiter. Also die Mauer da unten, die ist gleich durch. Das ist, das ist schon mal gut. Also die ist auch wichtig, die Mauer. Dann Holz. Holz ist ja auch sehr wichtig. So, komm, du, du, ich mag das nicht, wenn die hier nicht arbeiten, ne? Also da werde ich kein Freund von, von sowas. Bin ich absolut bei dir, ist eine Frechheit. Verstehe ich nicht. Hier reitet einer durch die Gegend. Bei uns? Mhm. Er schlachtet ihn ab. Kann ich ja nicht, ich bin ja ein Alarmarsch. Meine Jungs können ja gar nichts. Okay. Ich frage mich, wie er es schon wieder hier reingeschafft hat, wenn du da unten eine Mauer gebaut hast und ich auch, ne? Die ist ja noch nicht fertig, die ist ja, die ist ja lückenhaft hier. Hm. Mysteriös sowas. Mysteriös. 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 So, jetzt würde mich ja interessieren. Ich glaube, der ist bei dir da irgendwie irgendwann mal durchgekommen. Bestimmt bei dir. Das ist gut möglich, ist aber nicht weiter tragisch, weil die Mauer wird gebaut. Die Mauer muss weg. Achso, die Mauer wird gebaut, ja. Die Mauer hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Die Option. Ach, wisst ihr, ich fette Infosalite so knorke. Bitte was? So, hier werden weiter Dorfbewohner erschaffen, auf ganz, ganz hohem Niveau, ja. Also hier mache ich auch keinen Spaß. Ne. So, jetzt weiß er nämlich nicht mehr weiter. Jetzt rennt er hier die ganze Zeit von der Mauer und denkt sich, verdammt, ich komme hier nicht mehr daraus. Komm, Junge, jetzt beeil dich. Wir haben doch keine Zeit. Ich gucke mir gerade mal wieder ein bisschen den Gegner an. Ja, er reitet durch und jetzt mache ich hinter ihm die Mauer zu. Sehr gut. Er macht doch schon so den einen oder anderen Krieger. Hat er schon produziert. Finde ich gut. Tsch. Hast du auch gerade ein Uru gehört? Ne Uru? Mhm. Ne Uru. Noch was flattert und flattert und plüstert sich öff. Na da Uru. Niveau? Halt. Ach, du kannst nicht. Alles gut? Nö. Ja, merke ich. Das merke ich doch. So. Ich glaube... Du kannst aber auch in das Ding rein stöhnen, ne? Leck mich an die Füße. Echt? Ja, da warte. Ich ziehe da mal ein bisschen weiter weg.